Also man hat das schon mitgekriegt. Ich bin dann in Warschau mit meinem Nazareth-Zug, das war unsere westlichste Station, bin ich vor die Straßenbahn, glaube ich, 20 Minuten durchs Ghetto und man erlebte, dass es mal wie ein Ameisenhaufen war und mal völlig leer. Ich habe das dann in dem Reich-Ranitzki-Buch auch nachgelesen, weil ich ganz unglücklich war über den Zeitpunkt, wo ich durch das Ghetto fuhr und die Situation war. Aber dann habe ich genau den Zeitraum, wo mein Nazareth-Zug da immer stationiert war, habe ich die Zeit wiedergefunden, wo sie dann eben alle abtransportiert wurden. Und dass man da als denkender Mensch mal sagte, Kinder, wo sind eigentlich diese Leute alle? Und das haben mir dann die Soldaten in Smolens erzählt, dass da solche 100-Mann-Wagen waren, wo sie auch vergast wurden und so. Also ich meine, dazu brauchte ich ehrlich gesagt nicht meinen Vater, sondern das ist einfach mein Lebensweg, der mich auch dahin geführt hat. Und dann nach dem Krieg bin ich in Lübeck im Lazarett gewesen und da hatten ja in einer Kaserne neben uns, auf der Schachtauer Allee, hatten die Schweden eine große Kaserne eingerichtet und alles vorbereitet, um deutsche Kinder auf den Schiffen, auf der Trave nach Schweden zu bringen. Und es war alles vorbereitet. Und es wurde Bergen-Belsen entdeckt. Und die ganze Aktion wurde abgeblasen und es kamen die Juden aus Bergen-Belsen. Und ich war in einem winzigen Zimmer auf Strohschütte, es war eine Kaserne, die wir umgefunktioniert hatten, zu einem Lazarett. Und wir hatten eine Mitschwester, sehr nette Schwester, die war eine glühende Nationalsozialistin, war ganz jung verheiratet gewesen und der Mann war, glaube ich, nach einem Vierteljahr gefallen. Und für die war wirklich dieser Zusammenbruch. Es brach eine Welt für sie zusammen. Und wir waren in einer sehr guten Gemeinschaft, es ging ja um sehr ernst, wir hatten eigentlich nur sterbende Patienten. Und wir haben sehr gut zusammengehalten. Und dann kam dieses Kriegsende und auch da haben wir uns weiter gegenseitig gestützt. Und es wurden dann aus unserem Lazarett Schwestern aussortiert, die bei uns nicht mehr unbedingt gebraucht wurden, die rübergingen zu den Schweden, um zu helfen. Und da wurde unsere Gertrud, ausgerechnet unsere Gertrud wurde darüber, es hatte gar nichts mit ihrer Gesinnung zu tun. Und da haben wir gesagt, Gertrud, wenn wir unsere Station fertig haben abends, stehen wir immer neben dir. Wir kommen jeden Abend rüber, das haben wir auch gemacht. Und dadurch habe ich die furchtbare Erfahrung machen müssen, diese Menschen, die aus Bergen-Belsen kamen, zu erleben, zu sehen und zu erleben. Die Menschen waren erst einmal ganz klein, bestanden nur aus Bauch, tief liegende Augen, große Narben. Die haben mit einer Verachtung diese deutschen Schwestern behandelt. Es war wirklich sagenhaft. Aber man konnte es ihnen ja gar nicht übelnommen. Und sie haben nach uns geworfen und sie waren so verbittert. Ich meine, dieses erlebt zu haben, das kann man sein Leben lang eigentlich nicht vergessen. Und wenn mir das jemand erzählt hätte, würde ich sehr skeptisch sein. Ich habe es aber selber gesehen. Insofern, ich will nur sagen, mein ganz schlichtes Leben als Schwester und vorher als Schülerin, er hat mich wirklich an diesen Stationen vorbeigewand. Das ist nicht, weil ich die Tochter von Hans Umster bin, sondern es war mein Leben als Schwester.